Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Let's play The Walls mit uns. Mats ist auch da. Mats, wo bist du? Ja, hinter dir. Ich hab bei dir nur kein Skin wahrscheinlich. Ja, ich hab bei mir auch keinen Skin. Ja doch, bei mir schon. Ja, wir nehmen auch weiter auf, Leute. Also sind alle verlinkt in der Beschreibung unserer beiden Videos. Wir spielen The Walls auf dem Hypixel-Tab immer wieder. Und wir spielen auf Jungle, heißt die Karte zu uns, bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, dass wir nicht so failen wie gerade eben. Das werdet ihr demnächst mal schon irgendwann sehen. Ja, also wir haben natürlich... Also es ist einfach sehr amüsant, wie wir teilweise so hart failen. Das laden wir nicht mal so mal Episode hoch, auch wenn es vielleicht ganz amüsant wäre. Aber in anderer Form werdet ihr es noch sehen. Also, ja. Also, wenn ich mir so die Karte anschaue, sieht das eigentlich ganz nice aus. Das erste, was ich machen werde, ist die Truhen abgrasen. Wow, wir sind schon gespawnt. Mein Thron, mein Thron, mein Thron. Alles, mein Thron, mein Thron. Wow, da sind die Thron, lol, what the fuck. Ich sehe die nicht so genau, wo sind die denn? Boah, ich bin nicht noch. Hast du eine? Ja, ich... Ich plündere hier alles einfach nur, oh my God. Geh du schon mal ganz normal farben, okay? Mh, mach ich. Ich suche noch weitere Truhen, guck, dass ich hier schön den Leuten ihr Zeug, ihr Stuff-Exstile. Boah, das ist ein bisschen asy. Ja, wir reden miteinander, also wir brauchen Stuff-Exstile. So, so. Jawohl, TNT for the win! Ja, ich wollte gerade gucken, ob man noch Zeug da... Ja, also Kakaobohm, hast du hast du denn Bone Meal? Nein, das ist die geile Karte, das war ja noch schon mal gelandet sein. Weiß ich gerade gar nicht, ich bin aber zu, eindeutig zu einer anderen Mauer, ich wiedergelebt. Du kannst ja Kakaobohmsporn mal fahren gehen, ach 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 ich, ich bist mal langsam. Und dann wird fahren, ja krass. Boah, ich hab so viel Kakaobohmsporn, ich hab kein Deutsch-Brown. Ich hab kein Melon, äh, ich hab Melon, Kakaobohnen, also ich hab alles, Alter. Boah, das ist richtig geil, Mann. Ich werde allerdings mal kurz ein bisschen Holz farmen, das hab ich gar nicht überhaupt nicht. Und dann, oder, oder meinst du schaffst, meinst du schaffst du es, ne, schaffst du nicht, aber, okay. Ich fasse da. Ne, ich wollte, ich hab eigentlich gemeint, ähm, ob du es schaffst, ähm, das mach ich gerade. Wo sind hier die Mine eigentlich, da, weil nicht ja alle Unterhände schon sind, aber ich nicht. Gibt's eine Mine? Ja. Äh, was wollte ich gerade machen? Oh, lol. Ähm, ob du es schaffst, so viel Eisen zu farmen, wie, wie, das ist für uns beide reich, mein ich. Glaub ich nicht, weil ich noch nicht mal den Eingang zur Mine finde. Unfäck. Ja, ich hab den schon gefunden, also hier, hier geht's runter. Lol. Es ist pretty broken. Okay, ich hab feinerlich auch mal meine, äh, äh, glaub ich, Stein, Stein-Pick-Axt. Du hast schon eine Stein-Pick-Axt? Du bist da, bist du schon weiter wie ich. Lol, scheiß Wasser. Lass mich in Ruhe rollen. So, jetzt ganz, ganz, ganz schnell, Mario. Ähm, du, hast du schon eine Stein-Pick-Axt? Nein. Hast du... Da hat schon jemand irgendwas als... Äh, puh. Leute, was hab ich gerade verliebt? Ach, ich hab keine Lex. Wo sind die Workbench, die hier noch eben stand? Ach, da haben sie wieder abgebaut. Ach, ist das überhaupt so richtige? Äh, 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 warte. Im Weg. Oh, Leute. Ich glaube, es ist gar nicht mal mehr der richtige, die richtige Mine. Das glaube ich nämlich auch. Ich hab irgendwie das Gefühl... Warte, was ist das denn hier? Lol. Das ist nur so ein Tempel-Sonst-Lasse-Eingang. Oh, lol, ich geh wieder auf. Ich suche irgendwas Gescheites. Auch wenn ich jetzt failen werde, ist mir egal. Hm. Aber wir sind so blöd, um das gerade zu finden, glaube ich. Aber ich hab richtig den geilen Staffel gerade bekommen hier. Es wird... Ich hab sogar zwei TNT. Kann man eine TNT-Kanone bauen? Yo, wow. Chaos-Kanonen. Ja, ja. Ach, ich kann mir hier hinten eigentlich mal diese Truhe hinnehmen. Die ist immer praktisch. Ich hab jetzt auch eine Truhe. Gleich. What? Ich kann die nicht abbauen? Are you kidding? Are you kidding? Oh, ich brauch nochmal Bow-Meal. Ich kann sich abbauen. Drecks-Truhe. Das ist echt chillig, langsam. Komm schon. Ja, Knochen hab ich auch, genau. Also, Essensversorgung haben wir. TNT und das ganze geile Zeug haben wir auch. Das heißt Skybase, oder? Ja. Oder wie sehe ich das? Ja, also, wir können auch eine im Boden machen. Im Boden kannst du von allen Seiten angegriffen werden, im Prinzip, wenn du gefunden wirst. Ja, und vor allem, aber wenn du das... Wenn wir gerade TNT haben, kannst du das von oben runter werfen. Eben. Und du kannst ja auch, ähm... Boah, es wär cool, wenn wir Lava hätten. Ich baue mich gerade nach unten, um hier irgendwas zu finden für Dei. Hä? Waren wir hier schon? Ne, warte. Oh Gott. Ich fang schon an, im Kreis zu rennen. Ja, hier waren wir natürlich schon. Eine Halluzination. Oder, wo ist denn hier heran? Ah, hier sind alle. Hier geht die Party ab, wa? Hast du die Mine geprompt? Okay, von denen, welches ist das Eisen nicht stealen. Ne, äh... Oder ist es die Mine? What the fuck? Äh, ne, ich... Ich seh die nämlich da nur rumspringen. Ich grab mich mal da irgendwie so hin. Das ist, glaube ich, nicht die Mine, also, ich... Moment, hoffen, sterbe ich jetzt nicht. Nein, natürlich nicht, ich bin... Ich kann das. Ähm... Moment. Selbstgespräche. Ja. Oh, das hüpft ja jemand in mich rein, ey. Was für Idioten, einfach nur. Äh, was für Idioten, Mann. Was für Idioten. Ehrlich, ehrlich. Was soll, loll. Ja, das geht nicht. Ach, hier sind die alle. Also, ich weiß, oder? Ach, ich glaube, es war... Es war ein... Ein anderer Spawn auf dieser Karte. Da gab es nämlich... Oh, ich bin jetzt gleich bei dem ersten, wo ich mich hinbuddeln wollte. Ich bin ja gespannt, was der hier gefunden hat. Warte, wo pimmeln denn die anderen alle rum? Ja, ich weiß es nicht. Wir sind alle hier auf einem Haufen so ziemlich... Wie viele Spiele haben wir denn? Das können wir uns mal angucken. Wir sind im Team Grün. Wir sind sechs. Blau sind... Das ist doch ein schlusser Scheißer hier. Das ist doch ein Scheißer hier. Das ist doch ein Scheißer hier. Lol, ich will dem hinterherrennen. Blau sind fünf. Letzten auch fünf. Yellow sind allerdings nur drei. Oh, Hi Eisen. Lol, wo seid ihr jetzt auf einmal hin? Ich sehe niemanden mehr. Da, 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 hier sind schon mal Öfen. Öfen. Wir sind auch protected, das heißt, hier ist ein VIP am Werk. Ach so, diese blöden VIPs können hier Öfen protecten. Oh, ja. Alter, ich bin hier unten in so einem riesigen Tunnel-System gerade mit so einem... Mit so einem Dab. Mit so einem Dab. Mit so einem Dab. Und ich will hier wieder nach oben. Bock mehr auf die Scheiße hier. Echt mal, echt mal. So kann das nicht weitergehen. Obwohl, warte. Oh, ja, das ist ja... Oh, ja. Was machst du? Was machst du? Oh, my God. Oh, GG. Oh, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, da kommen schreckliche Erinnerungen hoch. Aber wie willst du darüber jumpen, ey? Warte, nix jumpen. So. Ganz, ganz, ganz vorsichtig, Matze. Ich vorhör, das hätte zu dir ab, nee, Spaß. Dann fällst du runter. Okay. Oh, jawoll. Hier, das sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Du rennst hier direkt am Eisen vorbei. Ja, das läuft bei dir schief. Also ich weiß nicht, was du meinst, aber ich hab hier eine Truhe gefunden. Ja, schön für dich. Ich hab Eisen und Kohle. Und hier sind weitere Knochen drin, verortendes Fleisch in den Eimer, Feuerzeug, Glasbottel, Enchanting und ein Cobweb. Ach, Cobweb ist lustig. Was ist Cobweb? Äh, Spinnennetz. Sag halt, auf Deutsch. Ach, jetzt kann ich dich Kaktronen hier nicht abbauen, man. Ist ja voll lame. Lame. Alter, ohne Spaß. Ich sehe hier fast gar nichts, man. Deswegen lehne ich mich ja gerade so ein bisschen über meinen Mikro. Wo ist denn hier direkt Eisen, man? Ja, ich hab das schon abgebaut. Echt ein Eisenproblem, Alter. Das stimmt, Uwe. Also, vorher haben wir auch richtig hart gefailt, aber da hatten wir wenigstens Eisen. Da drüben ist Eisen, weil ich brauche mich da rüber. Ich hoffe, ich hab nichts mehr zum Bauch. Ach, komm. Aber jetzt haben wir irgendwie so... Nein! Also, ich hätte den Staff für eine, äh... Skybase. Ja, ich nicht. Weil ich wieder runtergefallen bin. Okay, okay. Intelligent, wie ich bin. Uuuuh. Na? Geh da hoch! Da. Ah, Eisen! Trolololol! Was zufälligerweise das, was du abbauen wolltest. Kann durchaus sein. Ja, ich meine, es hilft mir keinem von uns, was wäre, wenn einer von uns gerade irgendwie jetzt zwei Eisen oder sowas hat in die Richtung. Ähm... Ohne Scheiß, das ist doch gay, Mann. Ehrlich. Wie kommt man hier wieder hoch? Ach, ich glaube, ich buddle mich einfach mal nach oben, ne? Mach das. Ich hab nur sechs Minuten und wir müssen uns schnellst anfangen und vielleicht, vielleicht finden wir da oben noch was Gutes. Oder vielleicht finden wir da oben irgendwie was in der Richtung Eisen. Vielleicht haben aber auch wir ganz freundliche Mitspieler, die einem Eisen leihen wollen. Das hatten wir vorhin in der Fallaufnahme. Ohl, lol. Hat tatsächlich immer so viel Eisen gefarmt, dass er so nett war und uns was geliehen hat. Also was heißt geliehen? Er hat es uns geschenkt, zurückgegeben haben wir es ihm nicht mehr. Oh ja. Oh, what the fuck! Alter, das ist so gefährlich, solche herabstürzenden Kies-Sachen. Deshalb sollte man nie gerade nach oben buddeln. Alter! Der Kies, ey, das ist so eine heimzückische Falle. Aber gut, ich könnte echt mal ne Kies abbauen. Wenn ne Kies ist, bau ihn mal ab, damit wir Pfeile haben für Bögen. Nein, ich möchte ich nur wieder nach oben. Echt ohne Scheiße, ich will nur nach oben. Der hat echt recht mit no Lava. Lava wäre praktisch. Moment, der kommt ein Trick. Wieso komme ich hier jetzt nicht, dass du... Verarschen? Ich muss mich irgendwie verarschen heute, Minecraft. Ehrlich, Mann. Das ist ein Dreckswasser nicht aus. Dein Ernst sein. Ja, ich habe ein Flint. Oh, ich kann nicht aufnehmen. Freu dich und back dir in Eis. Also, ich habe so viel Fäden, dass wir Unmengenbögen machen können. Das hilft ohne Pfeile nicht viel. Ja, ja, ich meine, ja. Ja, aber ich habe jetzt auch schon drei... Und ich würde hier echt null Eisen. Das ist echt... Drei Feuersteine für Pfeiler. So verprotzt ist das da gerade, ehrlich. Das ist ein 16 Pfeiler. Also, wir werden nicht viele Pfeiler haben, aber die werden wahrscheinlich erst mal reichen. Wir brauchen alle... Gibt kompetente Leute, die mit Bögen umgehen können, ne? Ja, dort kann ich. Okay, das muss jetzt reichen. Ey, Mann, wie sollen denn hier wieder rauskommen, ey? Das ist doch Bullshit, Junge, ehrlich. Also, ich grab mich hier irgendwo gerade hoch, aber ich weiß ganz im Ernst auch gar nicht mehr, wie wir hier reingekommen sind. Glaubst du, ich weiß? Ich finde, ich habe meinen eigenen Weg wieder gefunden, den ich es mir selbst gegraben habe, den gehe ich gerade wieder raus. Ich habe ganze fünf Eisen. Fünf? Wundervoll, ja. Äh, ich habe sechs. Wie wundervoll? Wieso wächst hier? What the fuck, lol? Ich habe voll den Leck gehabt. Ja. Du auch. Mhm. Oha. Ernst, darfst du hier mit 225 FPS auf? Loll. Mir reichen 100. Ich meine, ich darf ja das Spiel gewinnen, aber das glaube ich ja weniger. Ich habe eigentlich irgendwie sowas in Richtung, äh, was war's? Arrows? Nein, nein, ich habe Arrows. Aber die sind Drecks VIPs, möchte ich keine geben. Ähm, hm. Hast du denn, hast du denn Wasser? Eimer? Äh, oh. Eimer habe ich, aber noch kein Wasser. Das, das Wasser kommt gleich. Dann mach das mal, weil dann fange ich direkt an mit Skybase, okay? Dann baue ich uns irgendwo in die Höhe. Äh, soll ich das machen? Ja, dann mach du das. Ja, kannst du auch machen. Dann kriegst du hier noch meinen Stack Cobblestone, warte, bleib stehen. Ah, lol. Ach, goddammit, die habe ich jetzt... Kannst du wieder weg, willst du mich verarschen? Äh, wo bist du? Hier. Hi. Ah, zwei Stack Cobble. Lol, ich habe ein Eisenschwert. Wat? Mit Smite 1 drauf. Lol. Was? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, woher ich das da habe. Ich wünsch auch eins. Heck, oh. Ich habe nur eins. Nee, ganz im Ernst, das reicht. Hier, warte, ich kriegst du noch deinen, deinen Meal. Warte, na! Das arme Bone Meal. Du! Boah, behalte das einfach. Ich glätte jetzt hier hoch und fange schon an. Okay, dann nehme ich noch ein paar Kakaobones mit. Den ganzen nice stuff zu holen. Aber ehrlich, ich habe null Eisen gefunden da unten, das war echt der Wahnsinn. Ja, ich irgendwie auch, vor allem, es gab da keine wirkliche Höhle oder so, in der man jetzt hätte irgendwie suchen können. Gibt es irgendeine Bauhöhe, oder welche Höhe ist das hier überhaupt? Ich finde, das wüsste, würde ich dir sagen. Ja, Höhe irgendwas mit 100, 116 oder so. Also in der Richtung bin ich. Something to eat? Nee, habe ich alles. Ja, ich habe schon ein bisschen. Oh, what the fuck? Lol. Der Backrad, Alter. Ich hätte beinahe, beinahe wieder gestorben, Alter. Please don't die. Ach, hier geht's nicht mehr. Don't die. Okay. Okay, dann wäre ich ein bisschen weiter runtergegangen. Galt, die Falle oben. Oh, ja, das sieht so aus. Das sieht wohl so aus. Ey, lass dich mal hoch. Moment, was kurz? Ja, ich werde noch eins abbauen. Und dann anfangen. Wo, 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 wo? Wo hast du von dem Baum ausgebaut? Ja. Kannst du schon mal hochklettern, wenn du möchtest. Mhm, das mache ich. So, am Baum bin ich schon mal. Okay, Wasser kommt. Stick together. Stick together. Ah, lol, die Red-Red-Leute sind alle gestorben. Leute, da fühl mir ein Baum ist ne Truhe. Hast du dich schon geplündert? What? Nö, nö, nö. Plünder, wenn du siehst. Hm. Wie sieht's bei den anderen aus? Okay, die einen haben... Ja, zwei haben Skybase. Einer nicht. Oh Gott, die Walls sind ja schon... What the fuck, die Walls sind ja schon da... Alter, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ich schürme ja schon. Ein Blauer hat den Ground-to-Hart gehörtert, GG. Aber ich glaub ich, ich hör... Ich hör' euch lieber auf, darüber herzuziehen. Dann solltest du in der Tat. Ah, ja. Jetzt gibt's schon solche drolligen Momente. Äh. Lol. Alter, wie soll man denn da hochkommen, ehrlich? Oh, du hast doch viel zu... Komm, mir dieses Scheiß Wasser nicht raus. Ich erstick da gleich drinnen. Ja, aber du musst so ganz bisschen an der Seite hochschwimmen, das geht. Was du nicht erstickst. Ja, ich versuch das. Ich bin nicht der Minecraft Pro. Ich komme mir nicht hoch. Mööö, Mama, komm schon. Ernsthaft. Ah, doch, ich komme hoch. Ja, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ganz ruhig, ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Also hier oben ist es richtig gemütlich schon, wenn man hier nicht abstürzt. Ja, ich bin jetzt noch Kakao Bones und Bone, hier, da können wir uns da oben schön was reinfuttern. Hallo. Uuuuh, Alter. Boah, wenn du jetzt das Wasser weggemachst im Ernst, das wär einfach so der Troll. Was glaubst du, hab ich gerade gemacht? Ja, ich hab's kurz gesehen. Ich hab's kurz gesehen. Okay. Also wir haben... Das ist eine begrenzte Zeit. Ich werde mich mal ein bisschen um das... Äh... Neuen haben wir hier. Ja. Mach das erstmal so... Bum, 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 bum. Hast du Fackeln? Ja. Sehr schön, dann können wir das richtig anbauen. So. Richtig cool. Richtig cool. What the fuck. Ach, ich kann hier keinen platzieren, weil es die maximale Bauhöhe ist. Fail. Du kannst da nichts mehr drauf platzieren. Ne, ja, nix über zwei Blöcke, zwei Höheblöcke, aber brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Ist eigentlich auch ein Vorteil, sodass die Gegner nicht über uns kommen. Ja, das ist natürlich... Oh, okay. Die Leute, die einen hat sich voll im Jungle, wo so ein Ding... Alter, weißt du, das wär so geil, würde man's irgendwie so auf einen Pfeil oder so mit so, ähm... Fire Enchantor drauf, da rüberschießt und das Haus abfackelt, ey. Das wär so geil. Nein, das wär so richtig chillig. Äh, so. Irgendwie sollten wir mal hier was zum Zeug aufstellen. Hast du Öfen? Ne, kann ich haben. Ja, ganz ehrlich, dass wir uns auch keine Rüstung haben, oh Gott, nein. Ja, was? Ja, wir haben halt noch keine Rüstung, wie erbärmlich. Okay, das rote Team wird gleich ausgelöscht. Was? Solange wir überleben... So, darfst du denn Öfen. Ja, eigentlich ist es nicht Survival Games, aber gut. Ja, keine Ahnung, doch irgendwie schon. Ja, irgendwie schon, ne. Teilweise auch. Teilweise... Jetzt hast du schon... Hab ich was? Ich hab extra Öfen gemacht, ne, aber... Na gut, egal. Ich hab doch gesagt, ich mach Ofen... Öfen. Ich mach Ofen. Ja. Du machst Ofen? Oh mein Gott. Du musst mich gerade auch an eine geile Szene heute erinnern. Alter, hast du noch Holz? Ähm, ja, sieben. Oh. Gib mal. Du bist so scheiße hinter dir. Was? Wo, wo denn jetzt? Du hast es doch jetzt eingesammelt. Echt? Äh, nein. Ja, ich hab's nicht mehr. Das kannst nur du haben. Das hast du mit dem Holz gemacht, Mats. Ich hab das dir gegeben. Du lacht, wenn du das jetzt verstanden hast. Dann bringe ich ihn. Ich hab's nicht im Inventar. Und dann Pro. Obwohl, ich hab's im Inventar. Ja. Ja, ja. Ja. Oh, lol. Ich dachte, ich dachte, du hast normale Holz... Holz... Ähm, Teile. Und noch nicht die Planken. Okay. Du hast das Wasser weggemacht. Wo ist das denn? Äh, warte kurz. Äh, Kakao. So, ich pflanz' die mal an, okay? Leute, kannst du... Ich kann die nicht nur an. Oh, nein. Hier ist ein Bogen für dich. Ähm, Bogen. Bogen. Hast du auch fein? Äh, Kakaobohnen musst du mit Holz anpflanzen. Und das bringt das halt immer nicht. Ja, das... Ja, das... Was wir machen werden... ...sind Melonen. Melonen vor der Böden. Wunderschöne Waschermelonen. Um jetzt einen Pilzen... ...um Chris nachzuhaben. Ne, ich kann halt nicht. Aber ich feier den voll. So, ich werde nur die wachsen lassen. Und dann gibt's gleich... LOL, da drüben brennt! Oh mein Gott, gib mir... Was? Jawoll. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Jawoll. Oh mein Gott. Jawoll. Oh Gott. Das wird lustig. Team Red is eliminated. Wuuu. Ich muss sagen, wir haben gute Mates. Wir haben gute Mates. Ja, wir haben gute Mates. Und wir machen kein... ...kein bisschen was. Wir machen vielleicht kein Fingerkrum, aber da scheißen wir einfach mal. Ja, genau. Food. Food. Okay. Hast du den Bogen? Ja. Ach du. Ach so, du hast dein Eisen hier schon schmelzen. Ich hab auch noch sechs Eisen. Oh, sechs Eisen. Ja, gleich so viel. Weißt du was? Pack das Zeug einfach hier rein. Jetzt hast du es du. Packst du da rein. Ja, das tue ich jetzt auch. Okay, die Kiste ist voll. Warte, was soll ich... Oh no. Warte, komm, die Enchantment Bottles können wir nochmal einlösen. Komm, stell dich hier hin. Was machst du? Oh my god. Ja, das darf man so. Ja, das Haus da drüben wackelt. Lol. Alter, nice, man. What the fuck? Alter, unsere Teammates sind richtig geil. Ja, jetzt solche OP-VIPs, ne? Ich feier die jetzt schon, ey. Vielleicht sollten wir uns auch mal solche VIP-Teile holen, irgendwie. Na, weiß ich nicht. So oft spiel es dann auch nicht. Haben wir hier so eine Ork-Ork-Ork-Potion, oder wie man es auch immer aussprechen mag. Was willst du für elf Eisen haben? Ein Schwert? Ne, die fickst du nicht, oder? Ja, was... Also, halbiert wäre das fünf oder so für beide. Das wäre ein cooler Helm für uns beide. Okay, dann machen wir einen coolen Helm. Oder wir machen dann ein Schwert. Das ist halt eine Frage, was bringt uns jetzt mehr. Ja, ich hab schon ein Schwert halt, ne? Ja, okay. Dann können wir einen Helm, einmal Boots und einmal ein Schwert machen. Ach Gott. Ach noll, wir haben sogar Pfeile. What the fuck? Wir haben sogar Pfeile. Ach, ach du, ach scheiße. Für Pfeile braucht man ja auch noch die Drecks, äh, Federn. Ach komm, Federn haben natürlich keine. Nice. Wachsen mal Melonen oder sowas? Da, dein Stuff. Ja, Melonen reichen, ja. Alter Team Yellow. Aha, da zünden sie das nächste Teil an. Ich packe es nicht. Wie geil einfach. Wir haben hier echt so ein Premium-Ticket für den Weltuntergang. Okay, ne, es ist kein Weltuntergang, aber es ist ja mal richtig wichtig. Aber wo sind die anderen Gegner? Wahrscheinlich auch irgendwo campen oder so. Ich mein, oben in der Base sieht man die ja nicht. Ja, da drüben hat man ihn auch nicht gesehen und der wurde dann, ist doch dann irgendwie verkauft. Also, ganz im Ernst, wir haben so ziemlich, wofür, ganz, wofür haben wir 16 Redstone, 14 Repeater, aber 15 Sticky und 15 Normalpistons. Ich weiß nicht, wieso du den Crab einsammelst. Ja, warum nicht, Alter, das ist, zu Not kann man damit ein Haus bauen. Ja, mit Pisten, ja. Ja, man könnte eine Falle bauen, aber dass da jemand reingeht, naja. Könntest du, warte, könnten wir nicht mit einem Hebel den Pisten als, so ein Wasser, als so ein Wassershop machen, das sähe voll stylisch aus. Warte, ich mach uns mal einen Hebel. Was möchtest du machen? Mit dem Hebel? Ähm, den Stick, so ein Pisten unter dem Wasser eigener, unter dem Wasser ausbauen. Achso. Und den Pisten mit dem Hebel auf und zu machen, das wär voll stylisch, irgendwie. Das wär den Hebel, weil wir schauen, ach, du hast den Hebel gemacht, sehr schön. Also, irgendwie will die Melone hier nicht, also, sorry, Melone. Oh mein Gott, ich wär hier beinahe fast runtergefallen. Du wärst ja beinahe fast runtergefallen. Ja, ich wär beinahe fast runtergefallen. Oh Gott. Äh, Stein haben wir noch. Ja. Stein haben wir noch. Team Blue is eliminated. Alter, unser Team macht sie voll fertig. Neul, gut, doch. Äh, ich mach by the way mal eben ne, äh, Spitzhacke. Weil, wir haben mir überhaupt keine Spitzhacke, schon mal aufgefallen. Ich hab ne, ne Spitzhacke. So, es müssen wir wie aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Es kommt hier wieder. Oh, jetzt eliminieren sie auch noch Team Yellow, Alter, ich vergiss nicht. Unsere Mates gehen voll ab, Mann. Also, am Ende haben wir echt gewonnen, ohne irgendwas gemacht zu haben. Oh, loll. Okay. Okay, ich glaub, ich glaub, Stein ist besser. Oh, der wird dörr. Alter, aber ich hatte gerade so nen Leck, Mann. Wird's vielleicht beinahe runtergefallen. Oh, das ist nicht gut. In der Tat. Hm, okay. Alter, ich könnte jetzt noch voll die YOLO-Aktion machen. Könntest du? Könnt ich, ja. Also, wir haben jetzt nen coolen Eingang, also, wie du gemeint hast, ne? Yay. Ich mein, obwohl, ich warte kurz, ich werde den kurz mal umbauen. Die Blockwahl war falsch. Fall aber nicht runter dabei, ja. Nein, I don't try. I don't try. Oder, was weiß ich. Loll. Ach, komm, Drecksblock, Alter. Hier ist verkratzig. Oh, lol. Nein, der Drecks... Erdblock, Alter. Oh, mein Gott. Die Schuhe ist am Ende, landest du mit dem Wassereimer unten oder sowas und kommst nicht mehr hoch. Und ich nicht mehr runter. Genau. Also, ich bin echt nicht, warum diese Drecksmelonen nicht wachsen wollen, also, wahrscheinlich haben wir da wieder zu Nubik und haben keinen Plan über die Game-Mechelle. Green Team 1. Im... Ja. Stopp, mein Gott. YOLO! Oh, ich verlebe es. GG. Oh, mein Gott. Ja, wind-ups. Good job, by the way. Okay. Ja, das war's erstmal, würde ich sagen. Wir haben gewonnen, ohne irgendwas zu machen. Ja. Wir haben nur gecampt. Aber... Das war trotzdem erfolgreich. Und... Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Haut rein, Leute. Da, da, da. Untertitelung des ZDF, 2020